Wir sind aber HalloTV und heute berichten wir über den Flow-Ball-Turnier. Wir haben einige Spieler interviewt und einige Personen, die beim Flow-Ball-Turnier dabei waren und wir hoffen, ihr habt viel Spaß beim Video. Ja, ich bin Janel, bin 14 Jahre alt und mein Hobby ist Flow-Ball-Spielen. Gefällt euch Flow-Ball? Ja, wie gesagt, ist ja mein Hobby, macht Spaß und ist halt besser als Fußball, wie gesagt. Ja, schon. Also ich war auch am überlegen, ob ich Flow-Ball spielen soll, aber von der Zeit her geht es nicht. Ja, wir haben drei Spiele geworden. Beim ersten Spiel habe ich leider nicht so gut gespielt, gar kein Tor gemacht, aber in den letzten zwei Spielen habe ich sehr viele Tore gemacht. Ja, wie gesagt, wir haben halt drei gewonnen. Ich finde auch eigentlich, dass wir relativ gut spielen. Wie viele Tore habt ihr denn genau gemacht? Wisst ihr das? Ja, wir haben 18 Tore gemacht und zwei Gegentore kassiert. Wir haben gespielt und wir haben wieder gewonnen. 4-1, glaube ich. Also, seid ihr schon im Finale oder? Ich glaube, wir sind gerade im Finale, weil wir bisher alle Spiele gewonnen haben und wir hoffen, dass wir das Finale auch gewinnen werden. Denkt ihr, ihr seid die stärkste Mannschaft? Ja, schon, weil wir die ganzen Spieler aus dem Verein auch mithaben. Bis jetzt ist das Spiel eigentlich ganz gut. Ja, kann man sagen, ja.